Hallo und herzlich Willkommen bei RetroCamber. Ich spiele heute mal wieder Free Fire. Zwei Runden BR Ranking. Ich bin immer noch in der Meister League. Ich möchte, ne in der Hero League bin ich, ich möchte in der Meister League. Mensch, Afe, sei mal leise da. Das finde ich doof bei den Charakter. Ich glaube, ich nehme jetzt mal wieder einen anderen Charakter. Egal. Dann viel Spaß. Oh, ich bin auf Platz 1 gerankt. Also ich muss mal schauen, ob ich das hier gewinne. Ich hoffe mal schon. Ich glaube, es sind doch nur NPCs. Hierbei. Daher. Wie müsste es eigentlich klappen, ne? Oh, da liegt es. Oh, ja. Ich habe es mal ohne Markierung gemacht. Normal markiere ich mal, wenn ich auch nur Schimpf fliegen muss. Aber jetzt, ja. Ich schaffe das auch. Ohne. Ich lande zu früh. Aber egal. Und dann, sagen wir mal, let's go. Wir müssen uns gleich aus hier mit einer Waffe, wenn ich eine sehe. Einmal Medipack. Munition. Ah, Waffe auch da. Scharfschützen. Da oben ist ein Rucksack. Ich habe so ein Gefühl, dass hier einer an der die ist. Ich habe keine zweite Waffe. Ach, Mensch, das gibt es doch nicht. Noch eine Runde. Das war ja mein Satz mit X. Das war nix. Passiert aber auch mal. Oh, das sind 40 Punkte. Das sind zwei Siege. Biss. 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 Okay. Ich glaube, es sind wieder nur NPCs. Battle Royale. Battle in Style. Gerade wurde ich ja auch von NPC gedötet. Ich hoffe jetzt, das sieht so ein bisschen besser aus. Ich habe auch nur ein Scharfschützengewehr gehabt am Anfang jetzt gerade. Schon ein bisschen ärgerlich. Oh, vielleicht kriege ich einen Schlüssel jetzt. Schon wieder ein Scharfschützengewehr. Okay. Aber jetzt. So. Okay. Jetzt haben wir noch ein anderes Gewehr. Ich bin jetzt ein bisschen besser. Also den Penal. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen. Ich bin jetzt richtig locker. Wow. Okay. I have to go. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen was. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen. Oh, ja. Boom. Da ist schon mal ein bisschen. erstmal hier, das mit Helm 3, nice, ein Rucksack, darf natürlich auch nicht fehlen und jetzt ein bisschen, das ist ja ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, Gehen wir hier in der Halle rein, da ist ein Midi-Pack. Die Waffe finde ich nicht so gut, okay die ist leise. Schalen ging eigentlich auch, aber ich glaube die Skull ist besser. Ich glaube die Skull ist nicht so gut, aber ich glaube die Skull ist nicht so gut, aber ich glaube die Skull ist nicht so gut. Mhm. Hm. Das noch gar kein Medi-Packst, aber auch so. Münze 3D oh chill da oben kommst du da oben an einer waffe mpc sag mir das mal oh warte mal warte mal ok die Scar ja ich werde wechseln da brauche ich die Scharfschützenmusikion nicht mehr kein Ding kein Ding dann wollen wir die erst einmal reparieren auf 1 auf 1 tap genau genau auf ein Dach von Destina ich habe 900 Coins das ich habe mit dem das 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 Nix dabei was ich gebrauchen könnte. Hab ich die SCAR1 oder die normale SCAR? Schauen wir mal. SCAR1 Und SVD? SVD? SVD Warum ist EP das auch sehr wichtig? Was weiß ich noch? So, jetzt kommen alle hier rüber gerannt. Dann renne ich mal in ein Haus rein. Da drüber hör ich sie schon? Die Waffe ist so leise, die hört hier keiner. Hm. Das ist so leise, die hört hier keiner. Ich möchte weiter zurück. hoping. Ich habe wieder im Fall zu sküren. Ich bin einobachter. 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 Für mich, ich bin einobachter. Ich bin einobachter, die ist möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Also, die Waffe ist scheiße. Nein, doch nicht. Wenn ich gehe, kann ich nicht richtig zielen. Okay. Oh, das ist ja letztlich. Unstoppable! So, gewinnt mal. Ich hoffe, ich krieg jetzt mehr wie 49 Punkte, weil ich hab 49 Punkte grad verloren. Bei der ersten Runde. Ha! So am besten. 40, naja, okay. Immerhin. Gut, dann zeig ich euch ganz schön für die Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn auch nichts mehr dabei sein ist. Viel Spaß und auf Wiedersehen! Tschüss!